Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich euch gerne betterplace.org vorstellen. Betterplace.org ist Deutschlands größte Spendenplattform für gute Zwecke. Dort könnt ihr unter anderem bestimmte Projekte auswählen und für diese Projekte Spenden sammeln. Es handelt sich jedes Mal um Projekte für einen guten Zweck. Wenn ihr also euren Stream mal dafür nutzen wollt, für einen guten Zweck Geld zu sammeln, dann ist betterplace.org auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Wie ihr nun das Ganze konfiguriert für euch und vor allem auch das Ganze in euren Stream einblendet, das zeige ich euch nach dem Intro. Fangen wir doch erst einmal damit an, was betterplace.org denn genau ist, wie das Ganze funktioniert und wie ich mich dort anmelde. Betterplace.org ist eine Plattform, auf der sich gemeinnützige Organisationen anmelden können, um Projekte zu definieren, für die Geld gesammelt werden soll. Privatpersonen können sich dort anmelden und können dann aus diesen Projekten, die dort angeboten werden, aussuchen und dafür Spenden sammeln. Um nun euren eigenen Spenden-Stream zu starten, müsst ihr zunächst erstmal auf die richtige Seite kommen, bei betterplace.org. Ich habe euch diesen Link auch nochmal unten in die Videobeschreibung gepackt. Davor steht Charity-Stream. Wenn ihr dann auf der Seite seid, gehen wir jetzt noch einmal durch die Punkte hier durch und danach starten wir mit dem Ganzen. Wichtig, und das möchte ich auch gerne nochmal nennen, ist, was ihr haben könnt bei diesen Charity-Streams. Das heißt, ihr könnt in eurem Stream ein Spenden-Ziel einblenden. Ihr habt die Möglichkeit für Kommentare und Alerts. Ihr könnt einen Counter verwenden. Top-Spende und letzte Spende kann auch eingebunden werden. Scrollen wir mal ein bisschen weiter runter. Dann kommt nämlich das, was ich ziemlich wichtig finde. Was kostet das Ganze? Und das ist ganz klar, es kostet euch nichts. Ihr könnt diesen Charity-Stream, also diesen Spenden-Stream kostenlos abhalten und könnt kostenlos für andere Aktionen Spenden sammeln. Aber, und das möchte ich auch ganz, ganz klipp und klar einmal sagen, von den Spenden, die von euren Zuschauern getätigt werden, gehen circa 2,5 Prozent Transaktionsgebühren ab. Warum? Ganz einfach. Betterplace.org ist halt gemeinnützig und die müssen ihre Kosten auch decken. Denn wenn Zahlungsanbieter dazwischen sind, die dafür zuständig sind, dass eure Zuschauer verschiedene Zahlungsmöglichkeiten verwenden können, fallen Transaktionsgebühren an. So fällt zum Beispiel eine Gebühr an, wenn der Zuschauer per Kreditkarte spendet und diese Gebühr würde Betterplace.org zahlen müssen. Da sie dann ja nur ins Minus gehen würden, wird halt eine 2,5 Prozent Transaktionsgebühr von der Spende abgezogen, um diese Kosten zu decken. Ansonsten geht von den Spenden nichts ab. Die restlichen 97,5 Prozent der Spende gehen voll und ganz an das Projekt, welches ihr unterstützt. Und die Spenden gehen auch nicht auf euer Konto, sondern die gehen auf das Konto von Betterplace.org und Betterplace.org zahlt die Spenden dann weiter an das Projekt. Das heißt, ihr als Streamer habt nie Kontakt mit dem Geld, müsst euch um keine Steuerfragen irgendwie kümmern. Und auch ganz wichtig ist, eure Zuschauer wissen ganz genau, dass wenn sie spenden, nicht das Geld in eure Finger gelangt, sondern wirklich an das Projekt geht, für das sie spenden. Gut, jetzt haben wir genug gesabbelt. Ich scroll mal wieder ganz hoch und dort findet ihr dann einen Button Jetzt starten. Darauf müsst ihr klicken und dann geht es auch schon los. Ihr müsst zuerst ein Profil erstellen. Das heißt, ihr meldet euch hier mit Vor- und Nachname, E-Mail und einem Passwort an. Nachdem ihr euch nun registriert habt, werdet ihr auch gleich darauf aufmerksam gemacht, dass ihr eine E-Mail bekommen habt. Und diese E-Mail solltet ihr bitte bestätigen. Also in der E-Mail ist ein Link, den klickt ihr an und damit ist euer Konto dann bestätigt. Was könnt ihr nun als nächstes machen? Als nächstes habt ihr nun die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Projekten auszuwählen. Ihr könnt zum Beispiel auch nach Stichwortsuche suchen oder einen Ort eingeben oder das Ganze nach Kategorien sortieren. Aber ihr bekommt jede Menge Projekte angezeigt. Und was ihr als erstes halt machen müsst, ist, dass ihr euch ein Projekt auswählt, welches ihr unterstützen wollt. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, für das Deutsche Rote Kreuz Spenden zu sammeln. Denn hier unter Mehr Infos findet ihr dann auch mehr Infos zu dieser Spendenaktion. Und wenn ihr wollt, dass ihr an diesem Projekt teilnehmt beziehungsweise euren Spenden-Stream für dieses Projekt macht, dann müsst ihr lediglich in der Liste zuvor dieses Projekt auswählen. Somit könnt ihr euch also durch die einzelnen Projekte einmal durchklicken, durchlesen und das, was euch gefällt und was ihr unterstützen wollt, das wählt ihr dann aus, indem ihr einfach auf Projekt auswählen klickt. Nachdem ihr das getan habt, müsst ihr nun noch ein paar Daten angeben. Als erstes vergebt ihr einen Titel für euren Spenden-Stream. Dort steht jetzt mein Name drin, ist ja auch irgendwie bekannt. Mache ich mal meinen Nickname rein. Nilsson1489 Charity Stream. Dann, zu welchem Anlass machst du die Spendenaktion? Hier kannst du nun auswählen Livestream, Marathon, Geburtstag. Also ihr müsst das Ganze natürlich nicht in einem Stream machen. Ihr könnt ja natürlich auch was anderes auswählen. Wollt ihr das im Stream machen, wählt ihr hier Livestreams aus. Die Beschreibung wurde automatisch ausgefüllt. Diese könnt ihr aber natürlich auch noch erweitern. Dafür einfach in das Textfeld reinklicken und dann habt ihr die Möglichkeit, den Text hier noch anzupassen. Und darunter definiert ihr dann noch das Spendenziel. Das ist optional. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich will einfach Spenden sammeln, egal wie viel. Aber wollt ihr ein bestimmtes Ziel erreichen, dann gebt ihr das Ziel hier einfach ein. Zum Beispiel gebe ich jetzt mal 1000 Euro ein. So, und wenn ihr dann fertig seid, klickt ihr einfach noch auf Spendenaktion anlegen. Wichtig, und darauf möchte ich auch noch mal hinweisen, sind hier noch mal Dinge, die zu beachten sind. Für alle Spenden auf unseren Seiten ist betterplace.org Spendenempfänger. Betterplace.org spendet die Gelder an die registrierten Projekte weiter. Das war das, was ich vorher schon gesagt hatte. Das Geld kommt gar nicht in eure Finger. Das heißt, der Spendenempfänger ist betterplace.org und ihr braucht euch deshalb auch nicht um steuerrechtliche Dinge Gedanken machen. Des Weiteren ist es wichtig, du darfst keine Gegenleistungen für Spenden anbieten. Darunter fallen zum Beispiel Gewinnchancen bei Gewinnspielen, Sachgewinne oder Gegenleistungen von dir oder Dritten für bestimmte Spendensummen. Ihr solltet das Ganze nicht mit irgendwelchen Gewinnspielen oder sonst wie verknüpfen. Weist einfach noch im Stream darauf hin, dass ihr Spenden sammelt, wofür ihr Spenden sammelt und dass man sich dort beteiligen kann. Damit nun gut, wir klicken auf Spendenaktion anlegen. Nachdem ihr das getan habt, kommt ihr auf die Spendenseite und auf der Spendenseite seht ihr nun, wie viel schon gesammelt worden ist, welches das Ziel ist und diese Seite könnt ihr auch teilen. Das heißt, ihr könntet zum Beispiel diese URL einfach weitergeben oder zum Beispiel unter eurem Stream verlinken, damit die Leute direkt wissen, wie sie zu dieser Spendenaktion kommen. Auch in einem Chatbot ist es sicherlich nicht verkehrt, diese Nachricht beziehungsweise diesen Link öfter mal zu teilen. Doch wie kann ich nun die ganzen Sachen in mein Stream-Programm einbinden? Und dafür müsst ihr zum Administrationsbereich. Dafür klickt ihr hier einfach auf den Button Administrationsbereich und dann gelangt ihr auch in diesen Administrationsbereich. Dort könnt ihr unter anderem auch die Aktion beenden beziehungsweise löschen. Ihr könnt die Beschreibungen bearbeiten und ihr habt auch die Möglichkeit, hier auf den Reiter Livestream zu wechseln. Unter diesem Reiter Livestream habt ihr nun viele verschiedene Widgets. Ich möchte natürlich jetzt nicht jedes einzelne Widget konkret vorstellen, sondern ich werde euch das System einmal erklären. Das System ist relativ einfach. Ihr sucht euch euer Widget aus, zum Beispiel das Default Widget, was eigentlich alle Informationen schon beinhaltet. Könnt dann einfach diese URL unter Live-Daten mit Link kopieren kopieren und fügt das Ganze dann in OBS ein. Machen wir das Ganze doch mal gemeinsam, Link kopieren und dann wechseln wir in OBS Studio. Geht auch mit Streamlabs OBS. In OBS Studio müssen wir jetzt nur eine weitere Quelle hinzufügen. Das heißt, wir gehen einfach auf das Plus zum Quellen hinzufügen und wählen dort Browser aus. Wir nennen das Ganze dann Better Place Overlay, klicken dann auf OK und bei Better Place.Overlay geben wir dann die URL ein, die wir kopiert haben. Danach noch das Häkchen für Browser aktualisieren, wenn die Szene aktiv wird und deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist. OK und schon wird euer Widget geladen. Ihr seht nun, dass das mit den Standardeinstellungen nicht so gut aussieht. Deswegen hier auch gleich, ich wollte das mal so provozieren, der Tipp, ihr solltet die Auflösung auf 1080p stellen. Rechtsklick nochmal auf das Widget, Eigenschaften und dort dann bei Breite 1920 und bei Höhe 1080 eingeben. Habt ihr das getan, klickt ihr wieder auf OK. Euer Widget wird neu geladen und ihr könnt das Widget nun dort positionieren, wo ihr es in eurem Stream haben wollt. Das Ganze beinhaltet nun den Spendenstand. Das heißt, wie viele Spenden habt ihr bereits gesammelt, die letzte Spende sowie die Top-Spende. Und betterplace.org hat natürlich nicht nur dieses Default Widget, sondern noch jede Menge weitere. Wir werden da jetzt noch einmal reinhüpfen. Das Prinzip vom Verlinken eines Widgets in OBS ist nun, denke ich, klar. Einfach per Browser-Source anlegen, einbinden, fertig. Was ich euch nun noch einmal zeigen möchte, ist noch ein konfigurierbares Widget, nämlich die Alerts. Dafür einfach auf Spenden Alert bei neuen Spenden klicken. Ihr kommt dann auf die Widget-Seite für die Spenden-Alerts. Ihr könnt auch jederzeit hier oben über dieses Kurzwahl-Menü wechseln und könnt hier nun den Alert anpassen. Dieser Alert funktioniert leider ein bisschen anders, wie ihr das sonst aus anderen Diensten kennt, wo ihr direkt in der Web-Oberfläche den Alert einstellen könnt. Ihr müsst hier mit der URL und den Parametern in der URL arbeiten. Das heißt, ihr habt hier zum Beispiel einen fertigen Link, diese URL. Die könnt ihr kopieren und einfügen, aber dann hättet ihr einfach nur die Standardansicht. Wollt ihr Dinge verändern, dann müsst ihr diese Parameter, die hier drin sind, wie zum Beispiel Background-Color gleich Duration gleich Fond-Family gleich ändern. Und wie das geht, das zeige ich euch einmal an einem Beispiel. Scrollen wir einmal ein bisschen runter, dann seht ihr alle Parameter, die ihr nutzen könnt. Und wollt ihr daran etwas ändern, dann sucht ihr euch nun den Parameter aus, den ihr ändern wollt und schreibt da euren Wert rein. Zum Beispiel, wir kopieren einmal diesen Link, Link kopieren, den Link, den geben wir dann bei OBS ein und wir wollen den Parameter Text-Color ändern. Also im Hinterkopf behalten, Text-Color ändern und ab zu OBS. In OBS fügen wir nun eine weitere Browser-Quelle für die Alerts hinzu, also auf das Plus-Browser, dann sagen wir betterplace.org-Alert, klicken auf OK und dort geben wir nun unseren Alert ein. Das heißt, hier einmal den Link rein kopieren und nun seht ihr, dass hier ganz viele Parameter drin sind. Unter anderem ein und Text-Color. Wichtig ist, dass jeder Parameter immer mit so einem und abgetrennt ist. Das heißt, immer wenn ein Parameter dazukommt, steht ein und, dann der Parameter Name, dann ein Gleichzeichen und hinter dem Gleichzeichen der Parameter Wert. Wir wollen nun den Parameter Wert der Farbe ändern. Das heißt, wir löschen einmal alles hinter Text-Color gleich raus und nun müssen wir unseren Wert dort eingeben. Bei Text-Color braucht ihr nun den Farbcode und den könnt ihr ganz einfach über die Website von betterplace.org beziehen. Ihr seht hier nämlich zum Beispiel bei den Parametern, dass hier wähle hier eine Farbe als Link angezeigt wird. Wenn ihr das macht, dann kommt ihr zu Google und bei Google gibt es dann hier dieses coole Tool, wo ihr einfach mit der Maus drinnen hin und her fliegen könnt. Könnt dann die Farbe auswählen, zum Beispiel, ich nehme jetzt hier mal irgend so ein Orange und wenn ihr die Farbe ausgewählt habt, dann wird hier unten der Hexcode der Farbe angezeigt und ihr braucht alles hinter dem Hashtag. Das heißt, markieren, rechtsklick, kopieren und dann wieder zurück zu OBS. In OBS müssen wir nun nur noch hinter diesem Gleichzeichen den Code einfügen, das heißt, reinklicken per Rechtsklick, Paste und schon ist unser Hexcode dort eingefügt und unsere Farbe wäre nun in Orange, die Textfarbe und nicht wie zuvor eingestellt. Wir ändern dann hier unten noch das Ganze auf Deaktivieren, wenn Quelle nicht sichtbar ist und Browser aktualisieren, wenn die Szene aktiv wird und klicken auf OK. Nun ist unser Alert fertig konfiguriert, wir können den Alert noch positionieren, wo wir ihn haben wollen und sind dann eigentlich ready to go, um unseren Spenden-Stream zu starten. Damit eure Zuschauer auch schnell die Seite finden, die euren Spendenstand anzeigt beziehungsweise über die eure Zuschauer spenden können, würde ich euch noch empfehlen, die Spenden-Seite zu verlinken. Dafür wechseln wir noch einmal zurück zu betterplace.org. Auf der Seite von betterplace.org geht ihr einfach oben auf Zurück zur Spenden-Aktion. Auf der Seite könnt ihr dann einfach den Link oben aus dem Browser kopieren. Das heißt, ich nehme einmal den Link oben aus dem Browser, kopiere diesen Link und diesen Link, den müssen wir nun unter unserem Stream einblenden. Das heißt, rechtsklick, kopieren und dann gehen wir einmal auf unsere Twitch-Kanal-Seite. Wenn ihr natürlich über YouTube, Mixer oder andere Dienste streamt, könnt ihr dort auch einfach auf die Kanal-Seite gehen. Das Prinzip ist ja das gleiche. Ich zeige es nun einmal für Twitch. Auf eurer Kanal-Seite scrollt ihr dann ein Stück runter und dort findet ihr dann den Reiter Panels bearbeiten. Wenn ihr dann eingeloggt seid, einfach draufklicken, dann ändert sich das darunter ein wenig, denn dann könnt ihr diese Boxen bearbeiten und dann klicken wir einfach mal auf die Box mit dem Plus in der Mitte. Wenn ihr das getan habt, klickt ihr auf einen Text- oder Bildpanel hinzufügen und dann habt ihr die Möglichkeit, hier einen Panel-Titel einzugeben und oder ein Bild hinzuzufügen und was ihr eigentlich machen wollt, ist, ihr wollt auf jeden Fall einen Text einfügen. Den Text, den schreibt ihr einfach hier in die Beschreibung rein. Sobald ihr euren Text eingegeben habt, müsst ihr noch mit Markdown den Link einfügen. Dafür macht ihr erstmal eine eckige Klammer auf, gebt dann einen Text ein, wie zum Beispiel hier, dann eckige Klammer zu und dann macht ihr eine runde Klammer auf, fügt euren Link ein, rechtsklick einfügen und macht dann die runde Klammer wieder zu. Wenn ihr nun auf Absenden klickt, wird das Ganze gespeichert und sobald es gespeichert ist, geht ihr einfach hier auf der linken Seite wieder auf den Slider. Das Ganze wird dann geladen und ihr seht nun, dass euer Text angezeigt wird unter dem Stream und ihr habt hier einen Link und wenn ihr auf diesen Link klickt, was passiert dann wohl? Ja, ihr landet auf eurer Spendenseite und somit könnt ihr dann euren Zuschauern sagen, den Link zur Spendenaktion findet ihr unten in den Panels unter meinem Stream. Dadurch können dann die Zuschauer ganz einfach zur Spendenseite gelangen, können dort spenden und es wird dann automatisch in eurem Stream ein Alert getriggert und auch das Overlay aktualisiert sich automatisch. Ja, und so einfach ist das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video mal das ganze Thema Spenden-Streams ein bisschen näher bringen, wie man das Ganze umsetzen kann mit betterplace.org und was ihr dort alles beachten müsst. Ich denke, in der aktuellen Situation ist es doch echt eine coole Sache, wenn man weiß, wie das Ganze geht und wie man unterstützen kann und daher dieses Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao! See the word, see the word See the word See the word, 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 See the word,